Wow, 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 Scooby-Dios. Victor Cassanti über Nacht reicht. Ich habe nicht die Ab... Jetzt, wo ich endlich Urlaub habe, kann ich meinen alten Freund Professor Hemden besuchen. Früher haben wir zusammen gearbeitet, jetzt aber arbeitet er an einem Forschungsprojekt für alternative Energie. Wir werden uns sicher viel zu erzählen haben. Ich freue mich schon auf einen Spaziergang mit ihm. Hi, Meg. Hi, Tom. Gut, dass du da bist. Komm schnell rein. Die Schweine haben sie entführt. Wovon redest du? Liegt. Ich mache dir keine Sorgen, wir kriegen sie wieder heil zurück. Weißt du, was die wollen? Wir haben gerade eine Methode entwickelt, mit der man doppelt so viel Energie gewinnen kann wie bisher. Ich verstehe. Hast du schon was unternommen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Aber weißt du, Meg, du musst diesen Auftrag nicht übernehmen, wenn du nicht wirklich willst. Ich kenne diesen Kleber. Der wird ihm die Ecke verkauft. Ich schaue jetzt mal hin. Was ist denn? Hi, Meg. Ich brauche deine Hilfe. Hast du den letzten Dockskleber verkauft? Hm, den verkauf ich nicht oft. Ja, letztens. Ein Typ aus der Leestraße 17. Okay, danke. Das ist gut für mich. Ja, kommt denn an dir bekannt vor? Kommen Sie erst mal rein. Kommen Sie erst mal rein. Die kann ich halt sicher noch gebrauchen. $0. $%& $& $%& $& Seien Sie mit Ihrem Wunsch sehr vorsichtig, Kelly. Er könnte in Erfüllung gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017